Hallo, mein Name ist Michael Jablonski, ich bin Kfz-Meister und dein Ausbilder für den Kfz-Fachpraktiker. Ich bin Alexander Stöffler, ich bin Kfz-Meister und Ausbilder bei Z&Link. Die Ausbildung zum Kfz-Fachpraktiker geht genauso dreieinhalb Jahre wie die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker Zu den Aufgaben, die ihr dann erledigen müsst, ist natürlich die Wartung und Pflege von Fahrzeugen, Instandhaltung, Diagnosen per Laptop. In der kompletten Ausbildung kannst du von uns ein Computersystem zur Verfügung gestellt bekommen, wo du dich selber auf die Lehrgänge vorbereiten kannst, wo wir mit dir lernen können. Da bekommst du auch Videosequenzen gezeigt, wie es dir jetzt deine Vorgängerin hier schon zeigt. Falls ihr zu uns kommt, solltet ihr keine Angst vor schmutzigen Händen haben. Was ihr mitbringen solltet, ist zudem ein bisschen Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ein technisches Grundverständnis. Wie ihr seht, werden hier ganz normale Fahrzeuge repariert von ganz normalen Kunden. Wir sind eine freie Werkstatt, wo wir alle Fabrikate reparieren, nach Herstellervorgang, ganz normal wie der andere Betrieb draußen auch. Falls euch unser Video gefallen hat und wir euer Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr bei uns die Ausbildung macht. Bis zum nächsten Mal.